Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Lieber Frank Tempel, diesmal hattest du das Glück, vor mir zu sprechen. Man hat viele Dinge schon erwähnt, die auch auf meinem Zettel gedanklich standen. Aber nun ist es so, ich muss also jetzt nach dir reden und kann sagen, vieles davon kann ich übernehmen. Aber kommen wir zu dem, was hier eigentlich Sache ist. Der Antrag der Grünen, der sich mit dem unabhängigen Polizeibeauftragten befasst. Wir haben ja gehört von dir, dass es in drei Bundesländern schon einen solchen Beauftragten gibt. Und das entscheidende Kriterium ist, Günter Baumann, dass der unabhängig ist, also nur dem Parlament verantwortlich ist, in den Ländern, die das eingeführt haben. Und das ist natürlich ein anderes Kriterium als das, was bei denjenigen ist, die bei Polizeibehörden angebunden sind, also an vorgesetzte Behörden angebunden sind. Aber ich sage mal so, sicher stimmt das alles. Und die Anzahl, die du genannt hast, ist auch sicherlich richtig. Aber es kommt nicht auf die Anzahl, sondern auf die Qualität derjenigen an, die etwas zur Anzahl bringen. Und das dürfte bei einem unabhängigen Beauftragten doch von etwas größerem Wert sein, als wenn man hier einen Dienstweg, wie du das beschildert hast, beschreitet, der auf dem Petitionsweg dann endet. Aber kommen wir noch mal inhaltlich zu dem, was die Anhörung gezeigt hat. Da bin ich nicht der Meinung, dass man da überwiegend der Auffassung gewesen sei, dass das ganze Schwund sei, was dort vorgelegt wurde. Im Gegenteil, der Professor Arndt, der dort sprach, der hat also noch mal auch von der rechtlichen Würdigung her einige Dinge gerade gerückt. Und da komme ich noch mal auf den Antrag der Grünen hier zu sprechen. Er hat zum Beispiel auch beschuldet, dass man, wenn man ein Gesetz macht, doch lieber, sage ich mal, ein Gesetzestext inhaltlich verändert, als dass man Richtlinien für Straf- oder Bußgeldverfahren verändert hat. Also deutlich gesagt, es wäre lieber, man würde den 238 StGB, die über die Strafverhältnisse spricht, dass man den inhaltlich so verändert, dass die Polizeibeamten die Gelegenheit haben, auch später noch eine Aussage zu machen zu einem Vorgang, wo sie sich am Anfang noch nicht so sicher waren. Und das, finde ich, ist der Kern dieser ganzen Angelegenheit, der mich dazu bringt, dieses sogar zu befürworten. Weil ich sage, bei allen Schwächen, die da noch drin liegen, das ist sehr, sehr hilfreich, weil vielfach der Kollege überlegt, ob er nun Kumpanei macht mit den anderen oder ob er sich tatsächlich unter Umständen dazu bekennt, was er gesehen hat und was er zur Anzeige bringen muss. Wenn er aber schon nach wenigen Stunden oder Tagen mit der Strafvereidigung bedroht ist, dann wird diese Bereitschaft dazu sicherlich nicht mehr allzu groß sein. Also dieses heißt, ich wäre das Wichtigste, was in dem Antrag drinsteht. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Zeit kann ich nicht nur das ganze Ding da auseinanderbeugen, aber ich will noch einen Punkt nennen. Sie kennen das, Frau Mihalic, das ist der 13 Absatz 2, der von den Parallelermittlungen zwischen Disziplinarverfahren, Strafverfahren und dem Verfahren bei dem unabhängigen Beauftragten spricht. Da habe ich nach wie vor meine Bedenken, gerade im Hinblick darauf, dass die Staatsanwaltschaft dort sicherlich Probleme mitbekommen wird. Bei dem Disziplinarverfahren ist es ja jetzt schon so, dass das ausgesetzt wird, solange strafrechtliche Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft laufen, wie das hier dann mit dem unabhängigen Beauftragten, der ja gleichzeitig und auch weiter ermitteln soll, gehandhabt werden kann. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Und das kann ich also in dem Sinne auch noch nicht so richtig als gelöst betrachten. Dieses Ganze führt dazu, dass die SPD-Leute im Untersuchungsausschuss NSU, der voriges Jahr abgeschlossen wurde, in einem Sondervotum ja auch diesen unabhängigen Beauftragten gefordert haben. Insofern ist es auch ein Anliegen meiner Partei, dies in irgendeiner Form umzusetzen. Und man kann ja sagen und schreibe auch sagen, dort, wo die CDU mit den Grünen regiert, in Baden-Württemberg, ist das ja also auch umgesetzt worden. Von daher plädiere ich nach wie vor dafür, dass man dieses im Auge behält. Und es ist ja schon richtig, wir hatten ja hofft, dass man mit der CDU hier noch aufeinander kommt. Das ist nicht der Fall. Aber in der nächsten Legislaturperiode ist ja Zeit dazu, dieses Ganze noch mal aufzugreifen und diese Sache fortzuführen und sie dann möglicherweise allgemein von allen Parteien hier befürworten zu können. Ja, ich komme dann auch noch zu einer Angelegenheit. Auch das ist hier heute meine letzte Rede im Bundestag. Nach zwölf Jahren habe ich nun auch das Bedürfnis, mich bei all denjenigen zu bedanken, die mich in der Zeit begleitet haben. Selbstverständlich teile ich die Auffassung, die du zur Bundespolizei Günter Baumann geäußert hast. Auch das ist ein Anliegen. Ich will es jetzt nicht wiederholen, aber ich unterstütze das voll und ganz. Und ich möchte jetzt noch mal diejenigen benennen, mit denen ich insbesondere im Bereich der inneren Sicherheit, die zwölf Jahre sehr eng zusammengearbeitet haben, fangen wir mal von der rechten Seite an. Da waren es für die CDU Clemens Binninger und Ralf Göbel. Ralf Göbel ist nicht mehr Mitglied des Bundestages. Der Clemens immer noch, aber nicht mehr lange wahrscheinlich. Ja, aus der CSU waren es insbesondere Alois Kahl. Und mit Stefan Mayer verbindet mich noch mehr, als das üblicherweise unter anderem der Fall ist. Er hatte also die Gelegenheit, mich mal ausführlich in seinem Wahlkreis umzusehen. Das war eine sehr spannende Sache. Dann habe ich im Menschenrechtsausschuss auch acht Jahre gearbeitet. Und dann fallen mir von der CDU Michael Brandt ein. Und das war ja dann noch Frank Heinrich, die mich da ganz eng begleitet haben. Und Ute Granold ebenso, die ja auch schon vor einer Legislaturperiode ja früher ausgeschieden ist. Kommen wir dann zu der Mittelabteilung hier bei den Grünen. Dann ist es so, dass da die meisten nicht mehr Mitglied des Bundestages sind. Aber ich kann mich immer noch sehr gut an Silke Stoker von Neuforn erinnern, an Josef Winkler und an Wolfgang Wieland. Das waren drei ganz dufte Leute, die die Grünen da drin sitzen hatten, mit denen ich sehr gut ausgekommen bin. In der heutigen Zeit ist es so, dass wir immer noch Monika Lazar und Konstantin von Notz und Irene Mihalic hier sitzen haben, mit der ich da auch lange über diesen Polizeibeauftragten mich auseinandergesetzt habe. Von meiner eigenen Fraktion ist es jetzt schwierig, 20 und mehr Namen zu nennen. Alle diejenigen, die mit mir seit zwölf Jahren oder auch kürzer im Innenausschuss zusammengearbeitet haben, die kann ich hier mit einem Schlager erwähnen. Und damit habe ich erst mal abgedeckt. Kommen wir nun hier nach links rüber. Auch hier ist es so, dass mich die Leute dort sehr, sehr lange begleitet haben, nämlich Petra Pau, Ola Jelpke und Jan Korte, die zwölf Jahre mit dabei waren, mit denen ich sehr gut zusammengearbeitet habe. Neu hinzu getreten ist dann 2009 Frank Tempel. Die Erfahrung nun ein besonders herzliches Dankeschön für die vielen Gedankenaustausche, die wir hatten. Und dann aus der Menschenrechtsschiene fällt mir da immer noch Annette Groth ein. Mit der ich gut zusammenarbeiten konnte. Und ich sage mal, es ist schon bemerkenswert, dass ich in allen Bereichen doch immer wieder Gesprächspartner hatte, die fair und sauber argumentiert haben. Eine besondere Angelegenheit ist noch zu nennen, fast freundschaftlich muss ich sagen, habe ich Kontakt zu Matthias Birkwald, der jetzt natürlich nicht mehr da ist, aber richtet ihm aus. Das war wirklich eine gute Gedankenstütze. So, damit habe ich etwas überzogen. Frau Präsidentin, ich danke für die paar Sekunden. Im Übrigen ist das das Ende meiner Rede. Viel Spaß in der 19. Legislaturperiode für alle, die hier diese Rede gehört haben. Ich danke euch. Tschüss. Vielen Dank, Kollege Burken, für das Ende der Arbeit im Deutschen Bundestag darf man auch überziehen, wenn es nicht zu viel ist. Wir wünschen Ihnen jedenfalls hier auch vom Präsidium alles Gute für die etwas vielleicht ruhigere Zeit. Und nochmal ganz herzlichen Dank für das Engagement in den vielen Bereichen, die du ja selber hier auch aufgeführt hast. Aber wo mir immer in Erinnerung bleibt, dein Einsatz für Menschenrechte und dein Einsatz dafür, dass es den Polizistinnen und Polizisten in diesem Land gut geht und dass wir ihre Arbeit schätzen, wissen und auch das Entsprechende als Bundestag tun. Dankeschön dafür nochmal. Für die Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt Irene Mihalic das Wort.